28. Februar 1963 Meine Tochter ist krank. Ich war daran, zum Arzt zu gehen, um ihn zu fragen, was wir tun sollten. Der Herr Jesus beruhigte mich. Gehe nirgendwo hin. Es wird zugunsten deiner Tochter sein, wenn sie nicht gesund wird. Mit beklommenem Herzen hörte ich seine Worte, denn sie hat einen Gatten und ein Kind. Der Herr Jesus sagte auch, warum sie nicht gesund werde. Deine Tochter hat nämlich ständig schwere Versuchungen. Durch die lange Krankheit überhäufe ich sie mit der Fülle meiner Gnade. Ihre Seele wird auf diese Weise von den Versuchungen gereinigt und die Leiden wird sie von nun an mit Freude hinnehmen und geduldig ertragen. Gelobt sei.